So, Freunde von Altes, ihr seht, wir sind immer noch versteckt hier. Ich glaube, der Polizist und der Kollege, der uns eigentlich helfen wollte, haben eine heiße Diskussion. Wir dürfen uns nicht allzu viel bewegen, weil selbst die haben Nachtsichtgeräte und wenn wir uns bewegen, dann sehen die, was wir machen. Mal gucken, der Polizist ist gerade zu seinem Heli gegangen, so wie es aussieht. Oder haben wir jetzt auch hier drin, bis er weg ist? Ja. Mann, das ist eine spannende Folge heute hier. Ja, wie schon in der letzten Folge, unser Fahrzeug steht immer noch kaputt im Wald. Man wollte uns eigentlich helfen. Okay, da kommt Verstärkung, schreibt Evel mir gerade. Whisky wartet hier auf Verstärkung mit Sprit. Ich werde ihm antworten. Wir verstecken uns weiter, lass dir keine doofen Fragen stellen oder irgendwie sowas. Ja, wer ist denn noch da? Ah, der Wolf, okay. Ja gut, zwei Polizisten inzwischen da. Not funny. Definitiv nicht funny. Wir haben immer noch unser Uran im Fahrzeug und im Rucksack. Was insofern schlecht ist, weil, ja, es ist illegal. Richtig, es ist definitiv illegal. Gut, sie warten jetzt hier, ich habe ihm gerade geschrieben. Wir könnten uns einfach auch hinlegen, dann passiert uns gar nichts. Liege. Aber jetzt sehe ich auch nicht mehr, was passiert. Doch, doch, ich habe sie noch im Auge. Sie stehen zu zweit da, ne, doch, sie stehen zu zweit da und fahren noch. Ich werde ihm mal schreiben, er soll sich nicht irgendwas anquatschen lassen. Oh, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen weit aus dem Busch raus. Bloß nicht bewegen, ey. Ja, das mag jetzt zwar ein bisschen langweilig sein, aber hier geht es gerade um relativ viel Gefängnisstrafe wegen illegalen Besitz des Urans. Dann haben wir ja noch so viel Geld im Portemonnaie und ich glaube, wenn wir jetzt mit Uran erwischt werden, selbst unser Fahrzeug mit Uran, da kommt der nächste Heli. Das wird definitiv teuer und wird eine langen Gefängnisstrafe für uns. Da kommt der nächste Heli. Lieber Gott, lass das bitte gut gehen, ey. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen, er hat uns zumindest angeleuchtet. Ja. Ich bin auch gerade ein klein wenig im Panikmodus. Ja. Pack bloß die Waffe ein, nicht, dass dein Finger hier locker sitzt und das noch aus dem Wald knallt. Wenn ich den Polizeidirektor erschieße. Ja, nee, das können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Ups. Der Oberhammer wäre es jetzt noch, wenn der Evil uns verraten würde, ne? Ja, übrigens, für 20K verrate ich euch doch was Lustiges. Ja, genau. Oh nein, das wäre so grauenvoll echt. Ja, dann muss er ihn, also Evil schreibt mir gerade nicht, dass er auf dumme Ideen kommt und den Wald untersucht. Ja, ich werde ihn mal schreiben, dann halt ihn davon ab. Ich muss immer aufpassen, dass ich das an richtig geschicke. Halt ihn davon ab, an Whisky. Nein. Ach, nee. Solange die unsere Aufdürfe nicht sehen, ist das völlig egal. Na, das wäre doof. Ja. Oh nein, bitte nicht hierher kommen. Da kommt hier Verstärkung. Hä? Ich dachte, er wäre hier schon gerade über uns rüber geflogen. Ich glaube, da kommt noch ein Rubschrauber. Überleg mal, was das für eine Action ist hier wegen einem scheiß kleinen Auto. Ja, ich sehe ihn da oben am Himmel. Ja, naja, ich habe ihn jetzt auch ausgewählt, ist der Hummingbird mit Beowulf drin. Okay, dann haben wir jetzt schon zwei Polizisten, zwei Leute, die illegales Zeug haben und einer, der uns eigentlich helfen würde und die das alles jetzt gerade bügeln muss. Wir sind so eine Raunie. Und wie gesagt, wenn er gefragt wird, was machen sie hier eigentlich, warum sind sie hier mit ihrem Fahrzeug abgestürzt? Ja, wollte Pilze sammeln? Ja, genau so in etwa. Ich will ihm das jetzt mal verklickern hier. Sag ihm einfach Oma besuchen. Pilze pflücken, falls er noch fragt. Pilze pflücken, falls er noch fragt. Oh Leute, das ist das Spannende. Die sollen sich jetzt mal ein bisschen sputen. Wie viel habe ich denn noch im... Ah, 192.000. Was passiert hier? Gebt Gas. Da steht noch einer. Ne, das ist der Heli. Da ist der Hummingbird. Vielleicht bist du denn vorgerutscht, dass du was siehst. Ich bin dann sogar hinter dir. So, dann hast du einfach nur eine günstige Perspektive. Ja. Das scheiß Gebüsch bewegt sich ja auch tausendfach hin und her. Ja, deswegen sollten wir einfach liegen bleiben. Alles nur, weil wir ausgeraubt wurden wegen Uran. Ja. Und neues Uran holen wollten. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat, ja. Du raschelst. Ich bewege mich nicht ein bisschen. Jetzt bewege ich mich. Insofern sind es die natürlichen Geräusche. Könnten die sich da mal beeilen, um da ein Toolkit irgendwie mal in die man hier hatte oder irgendwas? Zwischengleich ab. Schreibt er mir. Da schreibt ihm, wir bleiben nochmal kurz versteckt, bis die wechselt. Wie dass der sich denkt, hä, wo sind die denn jetzt? Die kommen ja gar nicht mehr raus. So. Und sie quatschen, ne, und quatschen. Na gut, lieber so als, äh, ne? Ja. Da wäre uns Gefängnisstrafe auf jeden Fall sicher gewesen. Definitiv. Gut, dass wir noch die Lichter vorher ausgemacht haben. Ich glaube, das wäre schiefgegangen. Na gut, hätten sie gesehen, dass da noch ein Auto steht, wäre schon doof gewesen. Ja. Ich denke auch. Zumal sie auch Autos durchsuchen können und wissen können, wer der Halter ist. Echt jetzt? Verdammt. Ja, soweit ich weiß. Ich würde spontan sagen, der gehört dir. Voll mit Uran. Würde ich sagen. Hilfe, er hat mich entführt. Genau, und hat mich gezwungen, Uran abzupflücken, äh, zu hacken. Ich bin sein persönlicher Leibssklave, bitte nehmen Sie mich mit. Ja, genau. Dann wäre ich noch wegen, äh, Sklaverei verurteilt. In Geiselnahme quasi. Ja. Geiselnahme, Sklaverei, Illegale. Sachen. Verkehrsdelikte. Lange Akte. Du bist ja hier, hast ja hier schon eine lange Akte, wollte gerade sagen. Dein erster Verkehrs-, äh, Gefängnisaufenthalt war ja dann schon am ersten Tag. Ja, nach fünf Minuten. Ich habe mir gedacht, das wird nichts. Also. Oh, der Erste haut, glaube ich, an? Oder ein neuer kommt. Der hört sich sehr neu an, ne? Ja. Oh nein, nicht doch. So, einer haut aber ab, der startet gerade seine Motoren. Ja. Aber das ist Devil, glaube ich, der seine Motoren gerade startet. Ja, warten wir es mal. Ja, wir lassen ihn mal wegfliegen, genau. Vielleicht haben die auch gesagt, komm, jetzt hau ab hier. Ja, das ist Devil, der abgehauen ist, oder? Suchscheinwerfer an. Ja, wir bleiben jetzt erstmal cool. Ja, ja, wir bleiben jetzt erstmal hier. Verrückte Folge hier heute. Einer muss aber noch, oder? Oder täusche ich mich? Ne, theoretisch müsste da jetzt noch was nachkommen, weil... Sind ja drei Helis da jetzt gewesen, oder nicht? Ja. Also eigentlich höre ich noch schlappern. Die sind immer noch da, oder? Ja, warten wir mal kurz ab, bis Dr. E. Will da... Ja, ich habe gerade eine Nachricht von Ihnen gerecht. Was hat er denn gesagt? Äh, ob die immer noch da sind. Ja. Ja, ich höre ihn auch, glaube ich, er ist in der Nähe geblieben. Der, der da flattert. Oh, ist das spannend. Da brennt auch noch Licht. Ja, jetzt höre ich einen Rotor. Ja. Gut, das wäre dann der Zweite. Nee, 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 wenn Dr. E. Will losgeflogen ist, dann sind es ja drei, sind die alle mit Helis gekommen, ne? Ja, genau, der Zweite fliegt jetzt, und dann fehlt noch einer, glaube ich. Genau, ne. Die Frage ist, wer fliegt jetzt halt da los? Fliegt der Kleine? Die lassen doch nicht ein Heli hier stehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht, äh... Schlagnahmt haben. Nee, nee, der ist weggeflogen. Ich glaube, da startet der Dritte jetzt, perfekt. Boah, was ein Glück. Beim Landen sollte er jetzt vielleicht etwas vorsichtiger sein, sonst haben wir ein Problem. Das können wir nicht nochmal erklären. So war's das jetzt? Hört sich gut an, ne? Ja, ich geh mal ganz langsam vor. Warte mal, ich seh sie beide am Himmel. Ja, sie kreisen aber noch. Leg dich mal wieder hin. Liege. Weil ich komm nicht mehr in den Busch. Ja, weil ich hinter dir liege. Du liegst ja wirklich voll hinter mir. Ja, jetzt keinen Meter hier in den Busch bewegen, ne? Hast du auch was gehört? Ja. Irgendwas mit Polizei, oder? Ja. Bleib bloß im Busch, ey. Ja. Komm hier nicht mehr richtig in den Busch. Hm, bin jetzt in Pügen raus und hole das Kid. Polizei kreist ja hier noch weiter. Siehst du denn, wo die kreisen? Ne. Ich hör sie nur. Nicht, dass die unser Auto gefunden haben. Ne, ne. Dafür sind sie zu weit weg. Ich seh sie aber. Wo denn? Ganz hinten, jetzt sind sie weg. Weg oder gelandet? Das bin ich gerade am probieren rauszufinden. Oh Mann ey, was ne Action, Leute. Ne, da ist noch ein MH9 Hummingbird, der mir hier noch angezeigt wird, wenn ich in die Richtung gucke. Ich glaube, die sind gelandet. Wo denn ungefähr? Dann sollten wir uns überlegen, jetzt mal ein bisschen zu laufen. Vielleicht Richtung Haus. Ja, wäre eine Maßnahme. Nicht, dass sie nämlich, nicht, dass sie nämlich doch unseren Vogel gefunden haben. Und jetzt zu Fuß kommen, meinst du? Naja. Warte mal, ich seh da irgendwas leuchten. Ja, die stehen. Die sind wieder gelandet. Gut, also ich hab mich hier wieder in einem Gebüsch versteckt. Ja. Die Frage ist, wie weit ist das weg? Ist das so weit, dass die unser Auto gesehen haben könnten? Nein, 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 aber ich seh deren Lichter. Ey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Gut. Oh, ich hab was gehört. Ja, ja, das war im Chat gerade. Oh man, Leute ey. Das denkt... Hier steht ja schon unser Auto. Ja, ja. Und wenn du nach hinten in den Wald guckst, sehe ich Lichter blinken. Also, wo bist du denn jetzt gerade? Hier an der Straße. Okay. Wenn ich so zwischen den Bäumen durchgucke, da hinten, da stehen sie noch. Ja, absolut gar nichts. Doch da hinten, Hummingbird, Tatsache. Ne, da steht Lennart. Ja? Ja, wenn du ein bisschen genauer drauf ziehst, siehst du es in grün, M.H. Hummingbird und in Klammern Lennart. Ne, der zeigt mir nur den Hummingbird an. Ja, ich hab gerade drauf. Also du musst mal hier, nimm mal die über der Tab-Taste hier. Ja, ja, die habe ich ja ausgewählt. Okay. Ach ja, Whisky steht da. Bei mir steht Lennart. Aber vielleicht hat der Whisky gerade den Lennart abischt. Achso, vielleicht sollte ich jetzt wieder mich bücken. Die haben gerade anscheinend den Lennart mit Uran angehalten. Ich habe mich wieder im Busch versteckt. Sie kommen. So, jetzt sehe ich aber nichts mehr, oder? Oh, 15 Minuten, das Server Restart. So, jetzt sieht es aus, als wenn die weg wären. Ich sehe zumindest keinen mehr. Ich schreibe ihn gerade. Ich habe ihm gerade geschrieben. Wir werden uns auch jetzt mal nach vorne. Wir wollen mal zum Haus gehen, ne? Ja. Ich höre nichts mehr. Ne, alles gut. Ich schreibe ihn mal eben noch. Ja. Ja, was? Ja, das ist bestimmt evil. Ich hoffe es für ihn. Wie safe können wir da sein? Gar nicht. Da. Mal gucken, ob er das ist. Nein! Oh, kacke! Fuck! Ich laufe! Ich bin hier hinten in irgendwelche Büsche rein. Scheiße, die suchen doch noch, ey. Nein! Ich glaube, er hat mich im Lichtkegel gehabt. Oh, oh, fuck! Ich werfe das Uran jetzt gleich weg, Alter! Er hat mich. Okay, dann entferne ich meinen Uran. Wenn er dich sicher hat. Weiß ihn noch nicht, Alter. Aber er ist sehr nah. Ich bin auch raus aus dem Wald. Oh, fuck, schreibt er. Oh, man. Oh, fuck! Ist er jetzt gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ich will hier einfach nur weg gerade. Also, ich höre noch was flappern. Scheiße. Ich habe mich hier in die Büsche versetzt. Ich höre aber definitiv hier noch ein Hummingbird. Ja, ich sehe ihn auch bringen. Und zwar von Wehrwolf. Nein! Also, ich glaube, die suchen uns. Vielleicht haben sie ja doch das Auto mal entdeckt. Ich schreibe ihn mal schnell. Ich sehe aber auch kein Laufen. Ich sehe nur den blöden Heli da irgendwo hinten. Das ist mir zu unsicher. Da ist auf jeden Fall unser SUV. Ja, da in die Richtung habe ich auch gerade geguckt. Und da in die Richtung war auch gerade der Wehrwolf unterwegs. Viel Glück uns beiden, schreibt er. Ich habe das Gefühl, wir stecken im Arsch. Vielleicht haben wir ihn doch gesehen. Glück am Arsch, alter. Ja, wir hätten zu Fuß laufen sein, echt. Ich glaube, das hat uns ein bisschen Ärger erspart. Ja. Ja. Ja gut, konnte ja niemand wissen, dass der auch noch sein Möppet da... Ja. Völlig zerstört. Wenn wir weit genug weg von unserem Fahrzeug sind und einfach unser Uran wegwerfen und da langlaufen, können die uns nichts. Wir können ja normale Wanderer sein. Ja, aber in 15 Minuten ist Server restart, das schaffen wir nie. Ja, wir werden mit unserem Uran sowieso nicht mehr weit kommen. Eigentlich können wir jetzt auch schon direkt aufgehen. Nein. So, also ich bin jetzt wieder auf dem freien Feld. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, du stehst da. Wo bist du denn? Hier, guck mal. Oh nee, sind wir weit gerannt, ey. Ich war hier direkt in diesem Busch drin. Ja. Okay. Scheiße. Siehst du sie noch? Nee. Ich sehe nur unseren SUV. Schlange? Oder sind die einfach weggeflogen? Kann sein, dass sie uns vielleicht doch nicht gesehen haben, wer weiß das schon, aber... Da steht doch aber ein Heli, da ist ganz viel Licht vorne. Oder ungefähr? Auf der Wiese. Wir können Licht. Vielleicht komm ich ins Haus rein, ohne dass sie das mitkriegen. Ja. Kann mal gucken. Da steht keiner auf der Wiese. Hm. Warte mal, ich geh mal ins Haus rein, ich guck mal. Oh, hier liegt ein Totenkopf. Läuft. Kann man hier noch auf was gucken? Da brennt Licht auf der Wiese. Ja, aber vielleicht ist das noch ein Bug von ihm. Ich würde spontan sagen, wir haben ganz schön viel Minus heute gemacht. Ja. Also das nächste Mal wieder Pfirsich pflücken. Wollen wir das, eine Lampe, die da brennt? Ich bin jetzt fast vorne auf dem Feld. Ich bin hinter dir. Sind weg, oder? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Bin gegen einen Baum gelaufen. Ich stehe auf dem Feld, sind weg. Cool. Toll, jetzt haben wir unser Uran hier noch und wird gleich... Aber vielleicht wird der wieder beschlagnahmt, wenn wir... Server-Neustart haben. Keine Ahnung. Kannst du ja mal den Evil fragen, oder allgemein mal fragen. Ja, ich denke, dass der wieder zurück ist, ja. Dann müsste er ja auch, glaube ich, wieder hell sein. Ja. Trotzdem eine coole Aktion gewesen. Ja. 4,9 Kilometer. Ja, wann ist Restart in 10 Minuten? Ja. Nee, 7. 7 sogar nur. Ja, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Eigentlich können wir nur gucken, dass niemand unser SUV klaut und... Ja. Offen, dass der Server-Restart kommt. Und wir haben noch unser Uran in den Taschen. Ich speichere mal. Ist doch doof. Ja, speichern jetzt mal eine gute Maßnahme schon mal. Ich habe inzwischen mehr Geld gemacht, durch die zäglichen... Also durch die Einnahmen, die man da so zwischendurch kriegt. Ja. Als wäre eigentlich heute... Oh, da ist noch ein Heli. Oh. Oh. Panik! Oh je, das kann ja noch was werden hier. Du hast ziemlich flott rübergeflohen, oder? Ja, ich glaube, der ist vorbeigeflogen. Oder? Nächste Pan-Hilfe wird so ein Arena enden, schreibt der. Vielleicht können wir mit denen auch noch was reißen. Ja, muss man mal gucken dann, ne? Wo bist du jetzt vor lauter Panik hingerannt? Stehe am SUV. Okay. Okay, Freunde. Ich denke, wir werden hier heute nicht mehr wirklich was schaffen. Nee. War eine aufregende Folge auf jeden Fall. Alle leichte Finger gehabt. Und mit unserem tollen Uran, was wir im Rucksack hatten. Und zwei Polizisten. Und eigentlich einem, der uns helfen wollte, der selber in eine scheiß Misslage kam. Wir verabschieden uns für heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.